Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die apokalyptische Zombie-Welt von 7 Days to Die. Und wie ihr rechts oben seht, hab ich schon mal dafür gesorgt, dass die Leder-Sachen alle gebaut werden. Wir brauchen gar nicht die Tailored, man hat zwei Rezepte. Und jetzt haben wir die Klasse nämlich auch abgeschlossen, oder den Teil der Klasse. Klasse, jetzt muss ich noch fünf Zombies und fünf Tiere töten. Das ist alles, using Pipe Rifle. Oh. Fuck. Warte mal. Pipe Rifle hatten wir doch hier noch, ne? Äh, wo hab ich sie hingepackt? Die wollte ich ja erst eigentlich verkaufen. Das ist nur ein Gewehr. Hier. Pipe Mashing Gun. Scheiße. Äh, können wir die bauen? Das sind doch die Dinger, die ich selber bauen kann, ne? Pipe Rifle. Kann ich nicht bauen, weil ich das nicht habe, aber ich brauche ein Klebeband und eine... Things. Ja. Ein Klebeband. Zur Not baue ich mir das aus Kleber und Stoff. Also, die brauchen wir. Ähm, dann brauchen wir... Kleber. Ich glaube, ich brauche drei Kleber, ne? Habe ich Knochen? Ja, ich habe ein paar Knochen, da können wir gleich mal gucken. Sonst muss ich mir die nämlich da rausbauen. Aber ich kenne ja meine Ordnung, die ich gerade noch so habe. Ähm... Da, 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 da. Was habe ich denn hier? Das ist doch eine Pipe Rifle. Hellenbau noch keine, nimm doch die. So. was für schuss braucht die auch die ja ja auch die 7 62 gut gut dann gucken wir mal dass wir die nacht hier im stellung kriegen genau dann bräuchte kleber ja gar nicht mehr jetzt muss ich mich ja aber echt noch mal ein bisschen leer räumen die scheiße alles raus kann ich dir verkaufen das lohnt sich ja dann wenigstens nur das aus das aus die schippe kann weg essen müsste ich mal langsam machen ich will mich ja nicht auf dauer einrichten nur bis ich was bescheides gefunden habe hier aber hier noch irgendwas zum weg hier ja 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 da wird er sich freude das weg das weg das behalte ich das mal nicht das weg das weg das weg das weg das weg das weg essen wollten wir noch machen ja aber man ja auch noch jetzt hat auch schon wieder vollkommen tun wir noch ein bisschen mal den müll lassen will das sind will das nicht aber dass die tue ein müll das tue wohl das kommt da haben wir schon wieder jetzt so blöder zombie vor der türen rum so und das kann da auch nicht mehr rein wenn ich eigentlich mal eben als meine hinsetzen so wenn ich die selber setze so dann ist das doch meine so herr kommt dann ist doch schon ganz gut so jeder brauche ich jetzt ja guck mal hier die schränke habe ich noch gar nicht gesehen also mal einfach reingucken dazu den schraubenschlüssel nicht nein den könnte ich noch mal gebrauchen das kann da rein dass das die farbe ja gut dann sehen wir uns am tag ist gleich so jetzt sollte es sofort tag werden ach so dann kann ich noch mal eben gucken weil ich die alle verkaufen kann heute ist tag 21 gibt ja wieder neue sachen so was willst du denn wohl alles haben können wir denn gebrauchen hier von nichts hier von irgendwas hier von wie behalte ich erstmal noch alle aufpacken kann hiervon nichts davon ich stehe jetzt diese bekloppten bücher hingepackt ach jetzt muss ich alles wieder raus und hier hier ist mein fleisch hier die beiden noch nein die nicht die magnum und die nicht nein so aber dann was das noch das reicht ja auch dann gucken wir mal hast du wieder mein freund das ist das allerwichtigste erst mal verkaufe ich dir alles die 10.000 jetzt noch zusammen da ja doch den würde ich ja auch gerne schon kaufen da hier müssen wir auch gleich was essen das ist richtig so und dann sowas es war es ist gar nicht so fertig das ein schreibtisch 6300 er die kann ja mittlerweile selber bauen das machen wir alles wenn wir jetzt eine hütte gefunden haben aber jetzt erst mal auf die links vorbereiten auf die horde macht auch immer denn da noch für 1260 kommen das glaube ich was vernünftiges zu fressen machen kommt ob ich mir schon genannt wir haben keine reifen er hat aber eine menge er richtig gut viel dafür gehabt das war die mit hitzeresistenz 9 kauft das aber jetzt halt mal dein geld zusammen wegen rädern und das habe ich dir auch noch nicht verkauft wie viel zeug der hier hat wahnsinn keine verdammten gott verschissenen räder aber hier ja richtig mal auf sei froh dass ich dir was zu essen gebe ehrlich da kann ich alles ein sowieso sehr kein thema so wir gucken jetzt war so hast du eigentlich noch eine neue question hier zwei die wir auch schon mal so dann lass mal gucken ob wir hier die hütte da fertig kriegen ich habe vergessen mir die zu markieren wir sehen uns aber gleich da ich weiß das so ungefähr wo sie war bis gleich so dann würde ich mal sagen wir räumen die hütte hier gemeinsam frei zumindest hier drumherum und dann baue ich die base aber diesmal mache ich keine schnellen sondern lasst euch einfach dabei weg weil wir ja gerade erst was gebaut haben und wenn ich nie die base baue ungefähr bauen möchte dann können wir noch mal drüber nachdenken da sind doch schon meine die base baue ungefähr drei von fünf geil wie geil wie geil wie geil dann kriege ich eigentlich mal was wie die nicht so cool sind ey so ja voll auf die fresse guck mal hier ja das müsste ich abbauen oh nice auch guck mal wie geil ist das denn also wenn ihr dieses gebäude hier mal findet wisst ihr ja ach scheiße wisst ihr was wir vergessen haben ich muss die zombies doch mit der rifle machen also wenn ihr hier mal spielt und ihr findet dieses gebäude was ich aber glaube ich ein combo pack gebäude ist aber wenn ihr das hier spielt wisst ihr ja wie ihr schnell an den haupt loot geil und wir können das gebäude echt gut benutzen so dann muss ich alles weg machen hier da dürfen die nicht hoch kommen oh das ist die außenwand äh nimm das so okay dann mach da nochmal einen block wieder rein ist doch okay ich muss mir eh erstmal ein paar blöcke bauen oh ich brauch holz na komm geh mal holz sammeln ist ja hier ein bisschen was ne oh die muss ich gleich schon überlegen und schon sind wir wieder überladen jede menge holz ne das haben wir jetzt noch zu wenig ey so wieviel können wir denn schon bauen frame shapes ja aber ja doch die brauche ich wohl ne mit der scheiß rifle ne ach Gott das ist die kacke du kannst immer nur einen reinladen ach Gott das ist das ist der Rotz dabei naja genau da war ja was das war eine bescheuerte Aufgabe hier und auch das Tier hätte ich damitkehren müssen gar nicht um den Bogen nien 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 doof 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 oder machen wir mal den ersten Zombie weg hier aber der lädt automatisch nach das ist ja schon mal was und bleib stehen Häschen und unser erstes Tier haben wir auch und das hat jetzt aber gezählt das hat jetzt gezählt Fleisch nehme ich natürlich mit und ich habe überlegt hier gegenüber da war ja eine villa das wird diese villa gehen habe ich mir gedacht wir brauchen noch ein bisschen holz wir müssen wann in die hütte jetzt so wir haben nicht allzu viel zeit ich muss zusehen damit der Ausdauer wird jetzt ist ihm kalt willst du mich verraten ich bin doch raus aus dem Wintergebiet wie kann dir dann kalt sein bitteschön das ist doch schon wieder Rotze kann die da rein nein natürlich nicht die kann ihm denn kalt sein oh Gott der ist aber ewig hungrig so war dann die hülle jetzt die war das nicht ne hoi hallo auch jetzt nicht kann ich durch den Sound schießen verlegt mich doch die ist da ja auch kaputt die dumpfbacke Erde oh die macht doch mal reich mit Schaden ne oh ah der war aber schon angeschädigt oder so Tomate die gibt zwar nicht viel aber besser als nix das war nicht gut das war vergiftet und jetzt habe ich richtig Hunger jetzt ist mein ganzer Hunger weg ach Leute echt wie soll man es denn so schaffen er nützt nix aber hier war das nicht wo ist denn diese scheiß Hütte jetzt jetzt finde ich die nicht wieder das kann doch nicht wahr sein oder ist da immer raus aus dem Haus ne oh nicht aha das war die nicht nein das nützt ja nix hier ne das nützt ja alle nix ich werde mich jetzt mal darum kümmern dass ich was zu fressen kriege kann ich ein Lagerfeuer bauen Campfire krafte das schon mal ich suche mal eben die Hütte wieder bis gleich so hier haben wir sie hier haben wir sie hier haben wir sie so jetzt baue ich mir mal hinter das Lagerfeuer hier auf und dann machen wir ein bisschen Holz da rein und jetzt kann ich mir nur das machen aber ist ja besser als nix zu fressen ne so hier habe ich gesagt den da rein ähm so Blöcke oh ich habe gar keinen Aufwerthammer hehehe eggs no eggs sharp rocks zwei Stück sharp draft zwei jetzt habe ich vier stone eggs was fehlt jetzt noch Pflanzenfasern ne ja hier so jetzt aber meine Fresse aber schon eine Möglichkeit zum aufwerten ne äh Quatsch Quatsch Clawhammer Stonehammer geht ja gar nicht mit der Axt hier so dann nehmen wir den mit der Axt die kannst du gleich wieder scrapen hier so den brauche ich dafür verdammt so dann haben wir das so dann haben wir das so dann muss ich drumherum in der gucken jetzt muss ich aber mal hingucken hier wie mache ich das denn am besten so ja doch so so bis nach unten gebaut hat kann ich nachher wieder abbauen aber ist auch egal kann noch stehen bleiben äh so ähm ähm ja eigentlich will ich das ja gar nicht so breit ne ja wir bauen es oben zu was solls ähm ne ja das kann ich nachher so zubauen so nicht dass die Statik hier nachher nicht hält ö ö ö das kommt doch mal hier so ne hat er das jetzt da reingemacht gut so irgendwas hat geblinkt mining tools sind wieder verbessert so so kommt den anfang macht er noch mit hier und hier hier so 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 also das kann alles wieder weg hier ne da oben kann es erst mal so breit bleiben noch ein bisschen halt braucht er ja so äh ja doch macht das mal voll hier ne schwupp 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 so macht das hier ruhig voll hallo ist denn da jetzt hier sagt so hallo auf jeden fall brauchen wir gehen also ich mache außen rum diesmal zu und oben mache ich hier offen eigentlich ist das doof hier ne mit dem scheiß schlägt da egal von der höhe her passt es ja ne ne das muss noch ein rüber so 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 und jetzt hier nochmal den vierten rüber hier oben kommen die gitterteile dran und gut ist nur klein und geschmeidig hier will gar nicht nämlich so groß wieder weil er kostet ja auch nur material hier so das bleibt da jetzt noch dazu hier ein raus den hier mit dem dreher so soll es werden sondern nur ein drüber so und so ist wirklich klein und ruhig aber da fehlt noch was ich muss hier noch mal ein bisschen einhauen noch 1000 wie sieht es denn aus wenn ich das mit dem ding machen bestimmt schon wieder hungern ja warte ich hab noch essen hier hier ist das ist nicht viel aber besser als nix ich weiß dass du da verdurstig wirst aber es erst mal besser als nix hier schon leer die dinge echt nicht mehr mit anscheinend nicht ja ich muss noch mal zwischendurch nach hause was neues holen ein pflasterstein also pflastersteine muss schon noch sein ja alles andere ist ja blödsinn aber mehr brauchen wir gar nicht vielleicht noch eine etage höher und hier besseren boden ein quasi dafür dann die hier raus da geht auch nur 50 mit macht er ist der weniger aber verbraucher sich so viel ausdauer zumindest mal die zwei hier erst machen ich befürchte was ganz bescheiden das hier ja er ist aber auch eine scheiße in sich rein leute diesmal geht es noch nicht ganz so schnell leider material fehlt jetzt ist die blöde achse reparieren sondern habe derzeit das weg und man wird glaubt leute werf wird es ihm auch schon wieder kalt hier das gibt es doch gar nicht weil ich so oft kann ihm doch hier gar nicht kalt sein das dauert diesmal wirklich lange ausdauerspinn und ist auch immer noch viel zu gering für jetzige stage das liegt aber daran dass ich einfach zu oft gestorben bin am anfang so war es auch erst mal uhr lassen wir natürlich nicht rein hier kommen die nicht hoch hier sehe ich hier geht es auch nicht hoch hier das fast muss weg wir können die hochklettern wir werden möglichkeit gewesen aber sonst haben die nix doch cool hier unten könnten tatsächlich so ein paar blöde geier reinkommen aber ist mir jetzt erst mal egal das ist ja nur zum laufen hier so iron 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 hedge da zwei stück ah hier das macht das die play 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 die platte denn noch ist ja gar nicht ich muss jedes mal so weil das total unlogisch ist wo die ist ne ja Hier ist die Catwalk Plate, die will ich ja gar nicht. Ach, da ist sie doch. So. So, dann mache ich mal kurz Pause und hole Schlossersteine, nachdem ich die Hedges verlegt habe. Das müsste richtig rum sein. So, dann hole ich Schlossersteine und dann rüsten wir hier gleich noch eben nach, ne? So, jetzt habe ich das soweit schon mal fertig. Ich habe ja gesagt, wir machen nicht alles zusammen. Na, ich habe jetzt die Reste hier, wir kennen es ja schon. Ich glaube, wir kriegen so, wir sind hier fast fertig. Ich habe noch ein paar Skill-Punkte gesetzt, äh, hier den Pummel Pete, äh, was ich hier habe. Hier unseren Pummel Pete und äh, Sexual Tyrannosaurus haben wir jetzt oben, was ist denn hier kaputt? Oh, ich hasse diese Spreide. Ach, gleich zwei. Leck mich doch am Arsch, ich soll ja eh Zombies töten hier mit, ne? So, jetzt mache ich mal hier mit. So, komm her. Ah! Alter, was ist denn hier kaputt, ey? Was soll denn das? Boah, ja genau, ey. Was geht mit euch? Hallo! Ist doch nicht mal Horde Nacht. So, ihr Lieben, das dürft ihr euch noch mit angucken. Wir testen unsere Horde-Base. Hehehehe. So, den Club, den kann ich gleich noch mal direkt reparieren. Ey, was ist es, ist das schon Horde Nacht hier oder? So. Äh, reparier den schon mal. Hä? Wieso repariert er den nicht? Ja. Gibt's doch alle nicht, ey. Ey, Fettbacke, komm hoch! Ja, was ist das denn für ne Scheiße hier? Was ist denn jetzt hier? Nimm doch mal deinen Wichsgriffel an die richtige Stelle. Ehrlich, ey. Wieso haben die denn die Treppe schon kaputt gemacht hier? Seid ihr dumm, oder was? Könnt ihr mir jetzt mal aufhören, auf die Eier zu gehen hier? Das gibt's doch nicht. Ich hab doch noch andere Sachen zu tun hier. Wo haut er denn rum, der Penner? Ey, mal ohne Scheiß, was soll das? So. Nehme ich natürlich noch alles mit hier, aber ich muss jetzt die Treppe wieder bauen, ey. Wieso hauen die mir das denn hier kaputt? Was ist denn das? So ne Kacke hier. Ehrlich. So, ihr Lieben, ey. Da seh das wieder. Was du hier mitmachen musst. Äh. Schon kaputt gemacht hier alles, ne? Die Sausäcke, ey. Bist du, woran das wahrscheinlich liegt? Ne, kann da nicht an dem Saun hier liegen, oder? Ne, ne. Guck mal, die haben überall hier vorgehauen. Hei, 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 hei. Das, äh. Oha. Das kann ja ein Spaß werden in der Hordenacht. Hei, 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 ja. Da freu ich mich doch jetzt schon. Oh, ihr Lieben. Ich würd sagen, wir sehen uns dann morgen in der Hordenacht. Bis dahin. Ciao. Ciao.